Seid gegrüßt zu Stronghold Crusader Mission 8, der Sand der Zeit. Wir wurden wohl ausgeschickt, um eine Rattenplage zu vernichten. Gut, ich glaube diesmal klappt es mit der Aufnahme. Wir sind auch auf der passenden Geschwindigkeit. Ihr bleibt geflext oben. Ich habe das schon mal aufgenommen. Und... Ja, was soll ich dazu sagen? Das lief nicht so gut. Am Anfang hat ein Teil vom Ton gefehlt und am Ende ein Teil vom Video. Ja. Okay, machen wir es nochmal. Wir haben hier Obst vor Plantagen. Wenn ich die Pläuer platziert hätte, würde ich hier noch mehr hinkriegen. Ich würde es dann einfach nochmal machen. Ich schätze vor... Oh, der ist weg. Ja, okay. Dass ich nur mit Mönchen spiele. Also keine Bogenschützen und so. Einmal um es ein bisschen fairer zu machen. Ein bisschen lustiger. Meine Mönche sind relativ billig. Von daher... Da kann man schon einiges an Menschen raushauen. Dafür sind sie gegen Bogenschützen ja anfällig. Bringt das gleich das Ganze ein bisschen aus. Ähm... Wetter nicht die große Geldproduktion. Wett ein bisschen Bier. Bisschen... Ähm... Bisschen Bier. Bisschen Obst. Religion. Boah. So das Übliche. Ich werde jetzt mit extra Riesenbrotproduktion anfangen. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Bauma-Ruchstein. Diese Steuern sind ungerecht. Diese Steuern sind ungerecht. Okay. So, wir haben es hier mit einer Rattenplage zu tun. Vier Stück. Ja, vier Ratten gegen eine Kacke. Das wird lustig. Werde ich meine ausgebildeten Kammerjäger mal hier runter schicken. Die schwarzen Mönche sind da. Komm, ich mach das mal kaputt. Ähm... Ich hatte mein Vorsicht ungetan. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Kann ich das nicht. So, in der übernächsten Mission werden wir übrigens zusammen mit einer Ratte spielen. Und da habe ich auch schon was... Da bereite ich schon was vor. Damit... Gut, eine kleine Überraschung. Ähm... Was ich da genau vorbereite, würde ich noch nicht sagen. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Ja? Ach... Du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Dann braucht ihr da auch nicht unbedingt vergeben an der Stelle. Andererseits... Gibt's bestimmt auch genug andere Sachen. Es werden Rekruten benötigt sein, ist allgegenwärtig. Der Berge für uns selbst in den Wege. So entsteht ihr doch hier. So, äh... Dann schauen wir mal. Wir haben... Wir haben noch hier übrig. Und... Ja, dann machen wir noch ein bisschen was auf. Gute Dinge. Weil gute Dinge sind nicht so gut. Und... Dann gibt's gute Dinge. Müsste reichen. Ja. Dann gibt's bald das erste Bier. Und dann können wir die Steuern noch höher stellen. So. Ihr seid meine Kammerjäger. Fangt mal hier an. Mh... Hier haben wir schon einiges an Schaden angerichtet. Können wir uns schon demnächst drum kümmern. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Das erste Bier schon. Oh ja. Wir können auf höchste Steuern gehen. Euer Gnaden. Dann... Sollen wir hier... Und hier hätte ich auch gerne noch irgendwo... Auch von mir aus... Ähm... Dann hätte ich gerne noch... Holz... Deswegen die Kapelle... Ähm... Und... Noch ein kleines... Räschen. So. Hoch. So kannst du mir helfen, dem du da hochgehst. Es werden Rekruten benötigt. Herr Goll ist... Ihr könnt Gott sein mit Ihnen. Das hoffe ich ja, dass er nicht mehr ist. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Und das stimmt natürlich auch wieder. Es werden Rekruten benötigt sein. Die ganzen Mönche sind bereit. Dann... Kommt ihr jetzt mal her. Wir ärgern jetzt die Ratte. Eure Verbündeten. Euer Gnaden. Zuerst jagt man sie... Und treibt sie in die Enge. In dem Fall... In dem man hingeht und... Von ihrem Futter... Abhält. Der Herr ist allgegenwärtig. Gott sei mit Ihnen. Und dann... Wenn sie nicht mehr entkommen kann... Trägt man zu. Ähm... Haben wir... Wir haben vier Nahrung. Oh, nur sieben Religionen. Krieg ich normalerweise höher. Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawoll. Ähm... Eine mutige Leid. Eine Nachricht der Ratte. Womit habe ich das verlehnt? Das Video müsste jetzt kurz nach Silvester kommen. Ich glaube der 2 am 2. Januar. Äh... Äh... Es läuft recht gut für euch. Äh... Am 2. Januar. Äh... Ich hoffe ihr habt... Einen guten Start ins Neujahr gehabt. Nachricht der Ratte. Ah... Ah... Meine Stubbe hatten Puppen. Und... Einfach... Meinen... Gar nicht verstanden. Ah... Ah... Gut. Das wollte ich noch haben. Eure Gnade. So... Hm... Wir sehen... Es werden Rekruten benötigt sein. Es ist geschwächt und in die Ecke getrieben. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt müssen wir nur noch zuschlagen. Ihr könnt auf uns zählen. Aber der Jäger darf niemals unaufwärtschern werden. Eine Nachricht der Ratte. Gewonnen! Gewonnen! Sonst... Kann es passieren, dass ihn ein anderer Jäger wischt? Es werden Rekruten... Eine Nachricht der Ratte. Und... Ich hatte mein Vorgehen... Gut geplant. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ähm... Aber das können wir hin. Wo seid ihr besorgt? Meine Truppen werden euch bald überwältigt. Jetzt bin ich nicht wirklich besorgt. Ich glaube wir brauchen noch nicht mal die Mauer. Aber... Wenn wir jetzt schon dabei sind. Können wir ruhig einen bauen. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen! Gott sei mit ihnen. Gut. Dann nehmen wir das mal. Der Hebel des Herren sind unergründet. Wenn wir uns um die erste Ratte schon mal kümmern. Wir wissen alle, die verbreitet Krankheiten. Wir können auf uns zählen. Wer rastet? Der rastet. Wir stehen zurück. Zum Beispiel Corona. Bestimmt. Epis verbreitet bestimmt Corona. Die schwarzen München. Das ist... Das ist sicherlich. Jetzt haben wir einen guten Kurs. Ähm... Eure Beliebtheit sinkt. Meine Beliebtheit sinkt. Warum? Das Volk liebt euch mal. Wir haben 8 Bier Ausscheiden. Wir haben 5 Achsfaktor. Wir haben 4 Nagen. Wir haben 5... 5 Religion. So. Das dürfte sich dann jetzt... Das dürfte sich dann jetzt... Das dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Geht mal hier rüber. Dürften sie gleich losrennen. Ja. Wie kann ich helfen? Funktioniert nämlich besser, als wenn ich sie selbst befählige, weil sie dann nicht losrennen. Mit Gott. So. Und jetzt marschiert ihr los. Und... Man kann das auch mal taktisch einsetzen. Dass die theoretisch rennen können. Ähm... So. Der Bergfried ist komplett. Also dauerhaft rennende Menschen wären auch... So. Du bist nicht. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Nein. Ähm. Kommt hier hoch. Die kommt hier runter. Dann ist die nächste Ratte die gelbe. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier oben sind. Immer schön die Beute davon abzuhalten, sich zu stärken. Wenn sie da irgendwann nicht mehr klein ist, dann schlägt man zu. Komm, äh, das Torhaus setzen wir mal um eins nach vorne. Dann können wir hier nämlich auch noch... ...hier mal an. Ich finde, eigentlich sieht das ganz hübsch aus. Höchstens hier noch ein bisschen Sprat. Den Zinn, hier noch eine Mauer drum ziehen. So einen Marktplatz, holen wir mal nach vorne. Euer Gnaden? Wir stehen zu euch. Geh mal her. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Was machen wir hier doch gar nicht? Er rastet, gerastet. Ja, mein Freund. Gott sei mit Ihnen. Die Wege des Herrn sind unergründet. Äh. So, wir wollten den noch zuziehen. So, bauen wir Steine. Da unten ist schließlich... ...auf der Kornspeicher. So. Das war's mit dem Kornspeicher. So, jetzt bellen wir noch... ...meine Spezial-Kammerjäger aus. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt sein. Der Herr ist allgegenwärtig. Ähm. Ja, ihr seid jetzt sogar durch. Wir stehen zu euch. Dann kommt ihr jetzt mal hier runter. Sehr wohl. Dann geht ihr erst mal da hin. Von mir aus. Euer Gnaden? Und... ...schluss, nächste Bataillon hier hoch. Ja, mein Freund? Die sind übrigens sehr vielseitig, meine Kammerjäger. Es werden Rekruten... ...können jegliches Ungezieferz-Vernichten. Wie kann ich helfen? Der rastet, der rastet. Und Irrklaube? Euer Gnaden. Da drin sind sie auch gut. Es werden Rekruten benötigt sein. Ist ja schon fast dasselbe. Wir glauben ungezieht auch. Der Herr ist allgegenwärtig. Ihr könnt auf uns toll sein mit Ihnen. Okay, ihr kommt leider nicht bis dort unten. So ein bisschen viele Bogenschützen überall unterwegs. Aber den Kornspeicher könnte noch mal zerstören. Gebt mir meinen Stock. Die schwarzen Mönche sind bereit. Euer Gnaden? Und zusätzlich haben sie ja noch Gottes Segen. Von daher sind sie ja... ...dreifach hilfreich. Erfuhr, na Gott. Vergib mir. Nein, nur Frau. Wir zerstören, Gott sei mit Ihnen.